Wo gehst du denn normalerweise so essen nach der Uni? Es ist ganz unterschiedlich, zum Teil in der Mensa, zum Teil zu Hause oder zum Mittagstisch in irgendwelchen Restaurants. Was hast du denn heute so in der Mensa gegessen? Heute habe ich Hähnchenbrust mit Brokkoli, Käsesoße und Reis gegessen. Und hat es dir auch geschmeckt? Ja, das war ganz länger. Schmeckt es dir sonst auch immer in der Mensa oder gibt es auch Sachen, wo du dir denkst, da verzichte ich lieber drauf? Ich verzichte oft auf etwas, aber es ist ja immer derselbe Plan ungefähr. Ich weiß schon, was mir nicht schmeckt. Wo geht ihr normalerweise so in der Mittagspause zum Essen? Zum Mensa. Wir gehen meistens zum Mensa, ja. Selber mitbringen findet ihr nicht so gut? Ja, muss man ja vorher kochen und so. Und das Essen ist auch ganz gut. Also ihr wart ja gerade in der Mensa Mittagessen. Was hattet ihr dann heute so? Guten Braten mit Schnitzel. Äh, Grüne Perfersauce. Grüne Perfersauce, genau. Und wie hat es euch so geschmeckt heute? Das war gut. Hat geschmeckt, ja. Und schmeckt euch das Essen sonst auch oder gibt es was, das ihr jetzt nicht so gut findet? Meistens schmeckt es schon gut. Ja, größtenteils. Es ist echt lecker. Wo gehst du so normalerweise in der Mittagspause zum Essen? Meistens habe ich gar nicht die Zeit, groß das zu essen. Also ich esse nur ein Brot oder so, zwischendurch einen Apfel. Gehst du auch ab und zu mal in die Mensa, wenn es dann doch ein bisschen längere Mittagspause gibt? Ab und zu, ja. Nicht so oft, aber manchmal schon. Du hast ja gerade gemeint, dass du nicht so oft in die Mensa gehst. Aber heute warst du mal zum Mittagessen da. Was gab es denn bei dir so? Salat, dann habe ich mir noch Kuchen genommen, Spätzle. Okay, und warst du heute zufrieden mit deinem Essen? Ja, doch. Hat mir geschmeckt. Und ich bin satt geworden. Bist du sonst auch zufrieden oder schmeckt dir das Essen sonst nicht so gut? Doch, sonst bin ich auch zufrieden. Ich bin nicht so weh, aber für das Geld ist es okay. Die Meinungen waren ja jetzt nicht mal so schlecht, aber jetzt will ich es doch mal selber probieren. So, die Schlange war jetzt schon mal ziemlich lang und ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, deswegen lege ich mal los. Alles in allem war es jetzt doch besser, als ich erwarte. Normalerweise hört man ja eher schlechtes vom Mensa essen. Wobei das Fleisch war echt ziemlich trocken. Das bekommt man nur runter, wenn man noch irgendwas dazu trinkt. Aber die Nudeln und die Soße waren echt gut. Alles auch gut gewürzt. Und zum Salat kann man sicher so viel Soße nehmen, wie man will. Da hat man auch eigentlich eine ganz gute Auswahl. Und die Desserts, die es dazu gibt, die bekommt man ja auch in jedem Supermarkt. Da kann man eigentlich auch nicht meckern. Für den Preis vor allem. Ich habe jetzt 2,60 Euro gezahlt und bin auf jeden Fall sehr satt geworden. Das war's ja, wir haben einen Tag. Das war's ja. Ich habe jetzt mal einen Tag. Und dann grerscht. Untertitelung des ZDF, 2020